4x Rose 4x Rose Das hilft heute leider uns Lass sich mal eine Glücksmarkierung setzen Vielleicht Hier hinten mal Wir sollten hier landen Dann landest du doch immer so gerne Ja, mittlerweile gibt's doch fast gar keinen Spot mehr Geh unten rein Gut, fuck, ne Was hat er denn für einen komischen Spot hier, alter Hier kann man raufklettern, das ist ja eklig Das ist ja mies, alter Ja Krass Pascal, guck mal hier oben, kennst du den Spot schon? Ne, den kenn ich auch noch nicht Der ist ja Ne, den kenn ich tatsächlich noch nicht Ne, den kann ich auch noch nicht Gut Die ausgeschaltet Bisschen Geld fehlt nochmal Oh ne Jetzt reicht's Bestätige Geldlieferung Deo, unser Freund beschutzen Bestätige Geldlieferung Ist das ein Dieb, hä? Hat er mir die Totenstelle gerade Der grüne Wichser Ist halt ne Ellenbogengesellschaft Was geil Oh, was ist hier los, alter? Äh, guck mal ein grün Ja, hier hinten Das Kopfgeld ist Genau Oh, wer hat da die Tür aufgemacht hier Ja, ey Mann Ja, hier bei Dings auch drunter Der Feind ist hier langgekommen Und der Hey, das Gas näher, die Tür Hey, das Gas näher, die Tür Hey, das Gas näher, die Tür Sehr schön Sehr schön Sehr schön Was haben wir hier? Oh, ob Geld hat er noch gehabt Guck mal ne Drohne Hm Da sind einige drinnen Jetzt war ein ganzes Team Wo war den Job geholt worden? Da regnet ihn noch ne Umfinderschen Ja, kann man machen Ich bin jetzt hier schon wieder arm Thomas ist auch einer Thomas ist auch einer Ich kenne mal Über mir war gerade einer Kommt jetzt Mann, ey Ich bin jetzt nur noch schlecht Ich krieg Ja, die sind unten drinnen Ja Ganzes Team Down Ja, ein Team über mich Du hast es unter die besten 25 geschafft Nicht schlecht Die sprechen sich auf jeden Fall auch ab Die sprechen sich auf jeden Fall auch ab Weil Ena kam nämlich von hinten aber noch Weil Ena kam nämlich von hinten aber noch Oben kommt jetzt Ena, pass auf Bein markiert Bein leichter Nein, ich würde da Nee Die Püssen haben wir sich nen Drop geholt gerade Naja Wurde schon weggesnappt von unten irgendwo, ey Krass Ja, der kommt Der kommt Der kommt Ist jetzt unten Jetzt kommt er hier Da ist er Mann ey, die Lobby sind von einer Meiden Ah, Lobby sind übrigens Das ist jetzt Schönen Ah, da steht er nach Fest Das Gas nähert sich dir Aktivität aktivität aber nicht so ein schwach hier kommen jetzt welche glaube ich ich kann ich gerade die land so neue sicherheitszone gefunden zehn meter zwei pinks hier drauf ja klar Ich fand die Jogache, dann holt er mich. Von wo unten? Pascal? Ja, ja, von unten. 50 Meter, ganz hinten am Prisoners, nach innen irgendwo. Schon da? Da 21 Meter rechts von uns. Ist ja ja nur über uns jetzt, oder unter uns, nein. Ah, sonst müsste er bei Jarden sein, sonst muss er oben sein. Okay, 17 Meter, haben wir ja vier Pings, alle oben wahrscheinlich. Oh ja. Ah, drei Leute oben. 2 K.O. Klasse. Da ist einer über uns auf dem Dach auch. Da ist der andere Bastard hin, nach dem haben wir stetig bekommen. Okay. Oben ist keiner mehr? Naja, der hat mich hier schon fast geholt, der kam nicht ganz da hin. Oh, hier unter uns sind noch fünf Leute, glaube ich. Das ist direkt einer unten gelandet. Wo ist der? Wo ist der? Äh, Gang auch nach oben ist. Ach ne, das ist Jan. Schon gut, gut. Sind da hab ich nicht gesehen, ob du bist. Vier Meter, direkt unter uns. Braucht jemand ne Gasmaske? Rückte vor, ignoriert Aktivität. Da hinten snipen sie bei Lila. Mal gucken. Alle unter mir, glaube ich. Ein K.O. Am Fenster. Links runter erst mal. Komm mal links runter. Wollt ihr weggesnipet? Oh scheiße, ey. Bin aber auch dumm, ey. Sind alle da oben. Ja, hier müssen wir einfach mal die Mauer da. Komm hoch. Oh, was? Alter, ein ganzes Team hier. Krass, ey. Oh, quasi, hast du noch 13.000. Vier Leute oben auf dem Schuss. Ja, ja. Zweck mal oben. Also, auf dem Dach war auch einer da, ja. Ja, wiss ich. Jetzt wär'n Helden geworden. Bleib an. Also, ne Maske. Noch 10. Weiter so. Und das war zwei Uhr. Gas Mask spielst. Rechts von dir. Das war, das war sehr stark. Reicht mir die Gas Maske nicht? Fuck. Ne. Totenstille. Totenstille, ja. Kannst dir noch eine kaufen, eine Gas Maske. Genau, hol dir direkt eine noch dann. Erst die Maske holen. Oder so. Ja. Ja, warum? Er steht unten an dem Pfeiler. Die sind... Okay, ihr seid ihr gegen einen. Der ist genau unter dem Turm. Unter dem Wasserturm. Weiter links ist er, seht ihr? Ja. Noch nicht. Bin jetzt erstmal auf dem Dachdorf. Ja, laufen durch. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ja, direkt unten. Bin ich dumm, ey. Bin ja wirklich dumm, ey. Hier an der Ecke irgendwo. Scheiße, ey. Mei... Ich hab ja nur dieses essential... dir auch. Wollte ja nicht runter, Edward, die heeft echt hart. Die ganze Tour zu fast, ey. Fuck ey. Schade Scheide. Scheidungsleiter oh man scheiße ich habe unschlechtes gewissen muss ich sagen was willst du machen das ist nur mit geld schick ich dir eins drüber gg great win you great guys love you gg bro gg gg respekt 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 bro muss nur freundlich sein dann kippt die Stimmung